Das ist absolut in Ordnung. So, wir haben Ritio. Das sind auch 38 Stück. Na dann. Go, go, Gadgete durchziehen. Ritio. Ritio, Grafton, Willow, Fleecedale und Woodwind. Na dann. Dann nehme ich Datma mit, nehme Taschenlampe mit und die Schneekanone. Wir sind wieder bei 38 Geistern. Echt jetzt? Einmal. Zweimal. Dann heben wir uns den hier auf. Direkt am Truck. Drei. Hier war glaube ich bei Halloween. Ne bei Willow Street war draußen. Das sind beide. Hier. Fünf. Fünf Stück. Sechs Stück. Sehr viele draußen, ne? Sieben. Acht. Neun. Sechs. Neun. 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 Hier ist kein Breaker. Da sind noch Pulten. Scheiße, wo war ich jetzt? Bei 10, ne? 10 Stück waren wir. Dann lass uns doch direkt mal den Keller abparken, wenn wir schon dabei sind. Ne, der Lichtschalter von dem Ding. 11. Das ist der einzige, ne. 12. 12. Das sollte haben wir theoretisch, dass ich das richtig sehe. Ja, ja, ja. Hoffe ich jedenfalls. Dann gehen wir mal wieder hier hinten hin und machen mal weiter, wo wir aufgehört haben. 13. Ich würde mal gucken, weil das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen. Okay. 10. Okay. 10. 15. 15. 16. 16. 18. 19. 18. 19. 20. 20. Hast du was gemacht? Nee. Ah, 19. Hoppala. Hallo. Das ist die Hitboxe von den Digan, ne? Alter! 20. 21. 22. Oh. Ach komm, ich nehme es aber mit. Scheiße. Perfekt und so. 23. Ich glaube ich habe nicht verzählt. Mist. 23 fahren wir jetzt. Es könnte noch 22 nur gewesen sein. Aber ich glaube es war jetzt 23. Mist. Vorzeitgedächtnis. Ahoy ey. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Das ist aber sehr liebevoll hier. Ich fiel auf einmal. 30. Ist das eigentlich? Oh. Nehmen wir 5. e Taste please. 3 2 3 3 3 Ich verstehe nicht Türen, ne? Hoppala. 31. 32. 33. 33. 35. 36. Mist. Jetzt fehlt schon wieder einer. Oh, ist das nervig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Hier hängt diesmal nicht. Was ist das? Das ist... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keiner mehr. Hier war keiner, ne? Große Preisfrage aller Fragen. Wo ist der letzte? Was ist das? Oh. 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 Jetzt ist tatsächlich der Breaker wieder aus. Nun. Hat gar nicht ganz lange gedacht. Zurück zum regulären Geisterjagenprogramm. Ich brauche das. Das da. Alter, hast du wieder den Breaker ausgemacht? Der will mich doch trollen. Ich brauche das. Okay. Wisst ihr was? Ich riskiere gerade mal nichts. Der Geist ist mir gerade sowas von egal. Mal. Ich sage. Mit isen. Isen Oni. Keine Ahnung. Ein aggressives Oni. So. Tschau. Weil. Ich meine, es ist jetzt kein Dämon. Aber es kann durchaus sein, dass ich reingehe. Breaker aus. Breaker aus. Der Geist hat jetzt auf Ghost Event. Ghost Event. Und dann kriege ich doch nochmal einen Hunt auf den Kopf. Und dann bin ich weg. Ne. Dann kann ich wieder die ganzen Kollegen über den Haufen schieben. Oh ne. Ich wollte das etwas schneller abschließen diesmal. Alter Schwede. Raichu. Das war meine zweite Gasse. War ok.